Du willst Spiel, Spaß und Spannung fördern? Du willst Kindern nicht nur Gewinn beibringen, sondern auch Beidfüßigkeit und Kreativität? Du willst nicht nur in der Krisenzeit engagiert sein, sondern auch danach? Du bist schon Trainer bei einem anderen Verein, kommst da aber nicht so richtig weiter und wirst doch überhaupt gar nicht gefördert? Du bist schon Elternteil und dein Kind spielt bei einem anderen Verein, aber du bist da unzufrieden. Und du, du kannst das viel, viel besser. Egal wie alt du bist oder ob du Erfahrung hast, Ascarnia Köpenick ist dein Match. Klick auf den Link in der Beschreibung und melde dich bei uns.